neuer Ärger hinter den royalen Mauern. Mit dieser brisanten Regelung sollen Prinz Harry und seine Meghan ihr Personal in Aufruhr versetzt haben. Keine Ruhepause im Baby-Countdown. In Kürze schon ist es soweit. Der erste royale Nachwuchs von Herzogin Meghan und Prinz Harry erblickt das Licht der Welt. Kurz vor der Geburt ihres Babys bezog das königliche Traumpaar sein neues Anwesen, das Frogmore Cottage in Windsor. Doch auch hier scheint der Personalärger kein Ende zu nehmen. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll ein neu eingeführtes Parkverbot rund um das Anwesen des royalen Pärchens für reichlich Zündstoff beim Personal sorgen. Während es den Mitarbeitern früher noch erlaubt gewesen sein soll, ihre Autos auf einem Parkplatz nahe des Frogmore Cottage abzustellen, so dies nun verboten. Wie es heißt, müssten Angestellte ihre Autos jetzt rund eine Meile, circa 1,6 Kilometer, weiter Weg auf dem öffentlichen King Edward 7 Parkplatz abstellen. Ein No-Go, wenn es nach dem Personal geht. Zu sagen, wir seien aufgebracht und verärgert, ist eine massive Untertreibung, erklärte ein Mitarbeiter angeblich gegenüber der Sun. Zwar gäbe es für ausgewählte Angestellte eine Sondergenehmigung zum näheren Parken. Die Stimmung des Personals soll er das jedoch auch nicht heben können.